Moin, heute gibt es noch schnell ein paar kleine Tipps bzw. einen Guide für das momentan laufende Event Serpent Moon. Ein paar Sachen, die ich in meinem letzten Video vergessen habe. Seit gestern läuft ja das neue Event in Han Showdown und ich habe bereits diesbezüglich ein wirklich sehr ausführliches Video erstellt. Allerdings wurden dort drei kleine Sachen nicht angesprochen, die aber durchaus euch dabei helfen könnten, das Event schneller abzuschließen und auch ein wenig Geld zu sparen, wenn man vorhat, eh Geld bezüglich des Events auszugeben. Ihr müsst dann einfach nur das Richtige kaufen und könnt euch dann am Ende einfach noch eine zusätzliche Sache ebenfalls holen oder mehrere. Jeder Hunter, den ich gleich nennen werde, hat 10% mehr Boost auf Punkte, bedeutet, wenn ihr zum Beispiel in einem Match 20 Punkte erhaltet, bekommt ihr am Ende nochmal zwei extra geschenkt, weil es halt 10% von 20 ist. Zusätzlich hat jeder Hunter auch noch drei Meter zusätzliche Sicht in der Schattensicht, bedeutet einfach, ihr könnt einfach drei Meter weiter sehen. Die Hunter, die das betrifft, sind einmal zwei DLC-Charaktere. Einmal der ganz neue, so Prascient Knight, dann the Witch Hunter. Dann gibt es auch noch zwei Hunter, welche ihr einfach mit Blutpunkten kaufen könnt. Das ist einmal der Night Seer, der momentan auch in Black Market sehr günstig zu erhalten ist und auch Hail Mary, welcher momentan ebenfalls sehr stark reduziert ist. Wenn ihr sagen wollt, okay, ich möchte das Event möglichst schnell abschließen, möchte aber keine extra Booster ausgeben, würde ich euch empfehlen, den Night Seer zu kaufen. Ich weiß, ist vielleicht optisch nicht einer, der einem am meisten zusagt, aber dennoch ist momentan der, an dem man euch am günstigsten rankommt. Ansonsten Hail Mary könnt ihr auch einfach nur für Blood Bounce kaufen. Und dieser 10% Boost kann sich am Ende wirklich lohnen, vor allem, wenn ihr es später auch noch mit etwas anderem zusammen kombiniert. Denn das nächste, wozu wir kommen wären, sind die Traits. Bei den Traits gibt es insgesamt fünf Traits, die sich momentan sehr lohnen. Fangen wir mal mit Beast Face an. Beast Face ist ja eigentlich dafür da, dass Tiere nicht so schnell auf einen reagieren, nicht so schnell Alarm schlagen. Und im Event ist ja momentan so, dass wir Schlangen in ihren Körben finden müssen. Diese Schlangen werden als ganz normale Tiere angesehen und reagieren auch auf euch ganz normal als Hunter. Wenn ihr jetzt aber Beast Face haben solltet, dann schlagen diese deutlich langsame Alarm und ihr könnt sie mit deutlich weniger Gefahr rausnehmen. So werdet ihr nicht ganz so schnell vergiftet. Also Beast Face kann sich wie immer sehr lohnen und jetzt momentan noch mehr. Daneben gibt es auch noch den Trait Poison Sense, welcher im Event auch noch recht stark gebufft wurde. Normalerweise habt ihr damit nur eine Range von 50 Metern, um vergiftete Gegner zu sehen. Das wurde jetzt im Event aber wirklich stark nach oben gepusht und zwar auf 150 Metern. Also vor allem mit dem neuen Update bezüglich der Gift Munition könnte sich das durchaus lohnen, diesen Trait jetzt mal einzusetzen. Denn meiner Meinung nach ist es eigentlich kein besonders guter und starker Trait. Jetzt im Moment könnte das vielleicht ein klein wenig anders aussehen. Dann wirklich ein sehr sinnvoller Trait momentan ist Serpent. Damit könnt ihr ja einmal eigentlich einfach nur Hinweise einsammeln oder zum Beispiel den Gegnern auch einfach die Bounty klauen, wenn diese noch am Boden liegen sollte. Darüber hinaus ist es aber jetzt im Event auch möglich, dass ihr darüber Schlangen opfert an den Altaren, welche ihr am Boss Compound finden könnt. Das Problem mit den Altaren ist, dass ihr logischerweise normalerweise sehr nah rangehen müsst. Mit Serpent ist das nicht nötig, das könnt ihr dann einfach aus entspannter Distanz machen, einfach durch die Wände hindurch, einfach eure Schlangen opfern und ihr bekommt eure zusätzlichen Event-Punkte. Dann gibt es wie in jedem Event auch wieder den Event-typischen Trait Sign-Knee oder Sang-Knee, wie man ihn auch immer aussprechen mag. Dieser bringt euch nochmal zusätzliche 10% Boost auf Punkte und nochmal zusätzliche 3 Meter in der Schattensicht. Solltet ihr das jetzt zum Beispiel kombinieren mit einem der 4 eben genannten Huntern, hättet ihr einen 21% Boost plus zusätzliche 6 Meter, also könnte sich durchaus lohnen. Allerdings natürlich ein teurer Trade mit 10 Punkten. Und der letzte Trade, der sich meiner Meinung nach in jedem Event einfach lohnt, ist Vulture, also Geier. Ihr könnt halt einfach jeden Hunter, der halt zweimal gelootet wurde, noch ein drittes Mal looten. Somit könnt ihr euch da nochmal ein paar Punkte einfach abgrasen, also richtig schön abgeiern. Das sind jetzt erstmal so die Punkte, die ich vergessen hatte, wo man sagen kann, okay, damit kann man das Event eventuell ein klein wenig leichter bzw. schneller abschließen, weil man einfach mehr Punkte bekommt bzw. halt die Event-Punkte früher sehen kann. Jetzt zum Schluss kommen wir noch zu einer kleinen Payback-Mechanik, die allen denen entgegenkommt, die halt allgemein schon ein paar Sachen kaufen möchten. Was ist diese Payback-Mechanik? Naja, es ist ein klein wenig versteckt und zwar unter dem Store-Tab im Hauptmenü. Geht ihr dort drauf, könnt ihr dann auf das Event klicken und dort werdet ihr sehen, wenn ihr bestimmte Sachen macht, könnt ihr am Ende 1000 BB zurückbekommen. Und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsstet dafür euch den Skin Miner-Song kaufen, also den neuen Trip-Mind-Skin. Darüber hinaus müsstet ihr auch noch Prescient Night holen, also den neuen DSC-Skin. Wenn ihr jetzt auch noch am Ende dann einfach den Battle Pass bis zum Ende durchspielen solltet, würdet ihr 1000 BB zurückerhalten. Also ihr hättet so gesehen den Trip-Mind-Skin komplett kostenlos erhalten und könntet dann diese 1000 Punkte nochmal für etwas anderes ausgeben, worauf ihr dann Lust habt. Vielleicht haben das ein paar von euch noch nicht mitbekommen, das gibt es in fast jedem Event, aber Hand bewirbt das nicht so großartig meistens. Deswegen hier einfach nur nochmal die kleine Information. Ansonsten war es soweit aber von meiner Seite. Das Event läuft momentan, ich finde es tatsächlich ganz cool, vor allem, dass man jetzt momentan auch die Schlangen und so von den Gegnern nehmen kann. Das macht das Killing vom Gegner nochmal ein klein wenig belohnender. Ansonsten nur noch vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehe ich euch in Bayou. Euer Chef. Untertitelung des ZDF für funk, 2017